hallo und willkommen wir kümmern uns heute mal ein bisschen um fps mein name ist raun ich schaue gerne mal bei twitch vorbei bin jeden tag live vom montag bis freitag 9 bis 15 uhr und ich bin ein mensch der schon sehr lange mit it zu tun hat und mit technik zu tun hat und pc technik im speziellen und dementsprechend wenn ihr fragen habt wenn ihr mal irgendwelche probleme habt mit eurer hardware oder software dann meldet euch gerne bei mir entweder direkt im live chat oder um den kommentaren oder im discord könnt ihr gerne eure fragen mal stellen ich habe heute ein kleines thema mitgebracht denn tatsächlich hatten wir jetzt auch wieder mal so ein fall bei dem mate einfach sehr viele background prozesse am laufen hatte während das game gelaufen ist und dann ging auf einmal die fps komplett in die brüche und deshalb dachte ich mir wisst ihr was dann mache ich da mal ein ganz kurzes video darüber denn ich verwende mein pc genauso wie viele andere sowohl zum zocken wie auch zum arbeiten also das heißt wenn ich zum beispiel ein video schneide oder bilder bearbeite oder auch meine privaten sachen so keine ahnung familienfotos etc pp dann verwende ich auch den gaming pc dazu ganz normal logischerweise damit ich aber nicht immer alles extra starten oder extra beenden muss oder ready bin to fight ready bin fürs game habe ich mir dann ein paar helfer lines zusammengeschnippelt und per helfer lines mit auf dem pc draufgepackt ich starte einfach mal direkt hier rein in diese szene blende euch die kamera aus dann ist alles ein bisschen cleaner dann seht ihr alles so ein bisschen punkt nummer eins wenn ihr zockt wenn ihr games zockt bei denen fps durchaus eine rolle spielen ja sei es es geht vom tag auf science pub g oder andere koop games pvp games oder competitive games dann legt man häufig sehr viel wert auf fp ist denn je höher die fps ist desto besser ist der abgleich zwischen pc monitor und so weiter und so fort thema input lag und so weiter ist einfach so ein ganz 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 wichtiges thema je mehr fps desto näher kommt ihr wahrscheinlich auch an die herzzahl eures monitors ran wenn ihr ein gaming monitor habt 144 hertz 240 hertz etc pp dann wollt ihr natürlich auch dass jede bildwiederholung auch einen frame bekommt also so viel fps wie möglich am besten gleich viel oder sogar mehr jetzt ist es geht vom tag auf zum beispiel ein spiel das sehr cpu lastig ist und sehr ram lastig ist das heißt cpu und der ram takt sei es 3200 megahertz aufwärts das spielt eine rolle bei escape from tarkov oder auch zum beispiel pubg und dementsprechend wollt ihr so wenig prozesse wie möglich im hintergrund laufen haben damit so viel wie möglich von der gesamtperformance von der cpu sowohl auch vom arbeitsspeicher verfügbar ist ja das könnt ihr einfach mal testen indem ihr euch den task manager aufruft das ist dieser kleine nette herr der task manager das seht ihr auch auf einen anheb okay das sind viele prozesse aber die verbrauchen eigentlich gar nicht nur null prozent hier ein bisschen arbeitsspeicher da ein bisschen arbeitsspeicher aber eigentlich verbrauchen die ja gar nicht so viel das ist richtig ja die prozesse laufen im standby modus dennoch kann windows oder der prozess selber das programm selber jederzeit entscheiden hey jetzt habe ich gerade bock ein update zu ziehen oder log files zu checken oder zu indizieren oder whatever das ist alles sehr technisch und deswegen sollte man sich überlegen brauche ich diese prozesse beim zocken ja oder nein und die antwort lautet ja to be obvious eigentlich immer nein ihr habt hier unten der vorletzte reiter die details also die detaillierte auflistung aller prozesse die laufen und was ich mir gemacht habe an arbeit das habe ich einmalig gemacht das hat mich 20 minuten oder 30 minuten gekostet und ab und zu schaue ich rein alle ein zwei wochen schaue ich da mal rein schaue ob sich da was verändert hat die arbeit was ich mir gemacht habe ist ich bin diese prozesse durchgegangen und habe entschieden welche davon brauche ich beim zocken eigentlich nicht zum beispiel wenn ich zocke dann brauche ich nicht die creative cloud von adobe da war ich ja gerade gar keine videoschneider oder wenn ich zocke wenn ich tag oft zocke dann brauche ich wahrscheinlich keinen steam client wenn ich irgendwas anderes zocke brauche ich wahrscheinlich kein ea client und so weiter und so fort und ihr seht das ist eine menge die der hintergrund läuft die man vielleicht vermeintlich gar nicht zu diesem zeitpunkt braucht ich habe mir dann eine liste rausgeschrieben welche dieser prozesse ich nicht brauche und diese liste beende ich bevor ich zocke jetzt habe ich manchmal habe ich schon on stream gemacht da sieht man das dann ganz kurz weil ich es einfach vergessen habe vom live gehen aber grundsätzlich versuche ich das vor dem game einmal auszuführen bevor ich auch live gehe für euch bevor ich da bin ich habe mir so ein kleines skript geschrieben ein patch das kann ich euch auch anbieten mit euch oder für euch zu schreiben das ist gar kein problem meldet euch da einfach im discord oder im chat dazu das sieht folgendermaßen aus wie sieht dieses skript aus das ist das was ich ausführe bevor ich quasi zocke das erste was da drin läuft ist ich lösche die lokalen temporären dateien von windows und ich lösche die also sowohl die app local temp dateien wie auch die windows local temp dateien lösche ich die brauche ich ja eigentlich erstmal nicht dann mache ich grundsätzlich eine datenträgerbereinigung der haupt festplatte also von windows selbst die c festplatte lasse ich da einmal komplett leeren damit es auch wieder richtig schicko ist ihr kennt das ganze mit sicherheit aus diesem menü datenträgerbereinigung mit ein paar spezifikationen dann führe ich einmal das empty standby list tool aus das findet ihr im internet könnt ihr auch gerne googeln kann euch den link aber natürlich auch gerne schicken empty standby list ist ein kleines programm findet hier auf file net zum beispiel ist ein ganz kleines programm dass den sogenannten auslagerung speicher und reservierten speicher resettet das was quasi von windows reserviert wird vom arbeitsspeicher und somit nicht für andere prozesse zur verfügung steht wird hier einmal gekleert dieses skript läuft bei mir auch alle zehn minuten ja dadurch muss ich das game nicht immer wieder neu starten weil dieser arbeitsspeicher von alleine bereinigt wird ja und dann kommt eigentlich schon diese liste von der ich gesprochen habe also hier ist quasi alles drinnen was ich nicht brauche und diese liste gleich ich halt ab und zu ab mit dem task manager und schau ist irgendwas dazu gekommen was ich vielleicht jetzt gar nicht brauche oder was ich hauptsächlich nicht brauche wenn ich eben zum beispiel das geld vom tag auf zocke klassiker beispiel wäre jetzt zum beispiel galaxy client der galaxy klein ist genau das was ich angesprochen habe games of galaxy dort könnt ihr aus den verschiedenen stores wie epic steam und so weiter die ganzen spiele in einer liste zusammen sammeln viele kennen den klein doch weil sie cyberpunk gespielt haben wurde hauptsächlich erst mal bei gog vertrieben und dementsprechend auch erst mal da zur verfügung gestellt und dann hatten viele auch diesen galaxy of games client installiert aber den bereich zum beispiel nicht bei tarkov genauso ea brauche ich theoretisch auch nicht wenn ich tarkov zocke und so weiter und so fort wenn da was neues dazu kommt dann ist es eigentlich relativ einfach ich nehme den task kill befehl von windows und sage er soll bitte nach folgendem wort suchen in dem fall wäre es galaxy klein punkt exe galaxy klein punkt exe macht das bitte immer nur mit prozessen die ihr kennt ja also mit mit sachen die ihr kennt wenn ihr wisst davon ja wenn da irgendwelche sachen dabei sind wie beispielsweise der lehrlauf prozess der ist von windows den kann man eh nicht beenden aber trotzdem dann lasst die finger davon wenn er etwas davon nicht kennt dann lasst die finger davon was ich zum beispiel auch nicht brauche nicht mehr brauche wäre hier das tool mouse without borders das war ein tool womit ich meine mausen tastatur sowohl auf dem gaming pc wie auch auf dem streaming pc verwenden kann werde ich idee installieren die nächsten tage aber auch ich nutze es nicht mehr kann hier zum beispiel mit raus und so weiter und so fort also diese prozesse sammle ich mir da einfach zusammen und auch zum beispiel ein großer unterschied ich habe zwei nvidia container nur laufen wenn ihr da rein guckt und eine nvidia standard installation habt ihr da wahrscheinlich so roundabout acht bis zehn prozesse die dauern von der grafikkarte abgerufen werden da kann ich auch ganz gerne noch mal eine kleine anleitung machen wie das funktioniert wie man eine kleine oder gestripte software installation von nvidia macht so dass man diesen ganzen kladderer datsch rund um gaming experience nvidia share nvidia shadow copy und so weiter nicht die ganze zeit im hintergrund mit rödeln hat denn diese prozesse schlucken auch unheimlich viel des arbeitsspeichers und auch von der grafikkarte an performance dementsprechend ich habe da nur noch zwei prozesse drin das ist zum einen natürlich hier das nvidia control panel das braucht man das ist wichtig und zum anderen natürlich der treiber an und für sich ohne control panel kann man natürlich viele settings wie zum beispiel color vibrance und so weiter nicht machen ich habe hier auch zum beispiel ein bisschen color vibrance in meinen games drin 70 prozent ich habe hier natürlich gsync immer aktiv und so weiter das ginge sonst nicht dementsprechend brauche ich diese zwei container aber ich brauche die restlichen sechs bis sieben stück eben nicht ja und diese liste gehe ich halt dann immer so ein bisschen durch und schaue was brauche ich denn aktuell eigentlich nicht wenn ich zocke using zum beispiel mein cloud speicher brauche ich nicht wenn ich zocke und vieles weiteres mehr wenn ich das dann wieder zusammen gesammelt habe speichere ich das ganze ab wie gesagt ich kann euch so ein skript ganz gerne auch mal blanko schicken mit den ersten drei befehlen die in windows ausgeführt werden und den rest könnt ihr dann copy paste aus meinem video rausnehmen oder ich setze mich mit euch hin und macht das gemeinsam kommt dazu gerne mal im diskredit setter vorbei und bevor ich zocke für ich dieses skript dann eben mit admin rechten aus mit administrator rechten aus und dann seht ihr schon okay der pfad wurde gelöscht beziehungsweise ist gerade auch nichts drinnen vielleicht muss ich auch den usernamen anpassen ich glaube mein usernamen ist aktuell nicht mehr klaus sondern ich glaube technik oder so ähnlich müssen wir gucken und dann natürlich noch die lokalen temp files die ich lösche dann wird die datenträger bereinigung automatisch durchgeführt ich muss nichts darin anklicken ich muss keine weiteren steps machen die läuft komplett autark und von alleine jetzt killt der alle prozesse raus und siehe da sie werden hier langsam auch beendet ein zwei sind schon rausgeflogen maus des borders wird wahrscheinlich auch gleich rausfliegen wenn wir da reingehen dann sehen wir es schon wesentlich weniger von game of galaxy bleibt einer übrig sowas ärgert mich dann immer okay warum warum wird da nicht alles von game of galaxy beendet ist mir aber im prinzip wurscht denn auch diesen hier werde ich dann einfach wieder manuell hinzufügen galaxy communication extra ist sogar mit ausgegangen wunderbar jetzt gerade im nachhinein hat er sie noch beendet daher auch totally fine maus without borders entweder habe ich falsch geschrieben oder es will nicht ausgehen aber wie gesagt das wird bei mir e deinstalliert und dementsprechend ist es dann auch wiederum kein problem ich kopiere jetzt mal den namen vielleicht habe ich mir auch einfach nur fair tippt sollte aber dann natürlich auch mit rausgeschmissen werden und das kliert ebenso alles weg was ich nicht braucht beim zocken und die zweite sache ist eben wie gesagt die mt standby list finde ich sehr praktisch weil man dadurch oft diesen game neustart den jeder empfiehlt man sieht 1000 fps videos von escape from tarkov you have to restart the game clear the cache delete all log files do this this and this and then you have more xp more more fps ja kann man machen aber wenn man den arbeitsspeicher von alleine immer wieder rausnehmen lässt dann einfach weg damit aber warum deshalb bist du nicht einfach also deine prozesse ich kill die raus weil die killte prozesse halt wirklich tot sind also keiner kann auf die idee kommen weder windows noch sonst irgendwer noch vielleicht eine benachrichtigung oder ein push notification oder irgendwas ähnliches nichts kann auf die idee kommen das wieder zu starten und ich möchte es nicht quasi im autostart rausnehmen weil ich ja sehr häufiger mein pc einfach arbeite ich zocke natürlich vormittags aber sehr häufig arbeite ich an dem pc und damit ich nicht wieder sachen starten ja auch immer im autostart habe ich vieles deaktiviert autostart die neuen die neuen symbole machen mich crazy wenn ihr seht ich habe auch im autostart sehr viel deaktiviert ich habe zum beispiel auch den den riot anti g klein deaktiviert weil automatisch gestartet wird wenn ich valorant starte dann wird automatisch gestartet also brauche ich den nicht standardmäßig immer am laufen ich habe aber extra auch heute für euch für dieses video sehr 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 viele sachen jetzt aktiviert damit man auch sieht dass eben sachen deaktiviert werden oder gelöscht werden sonst hätte diese vorführe effekt wahrscheinlich gar nicht so gut stattgefunden also dementsprechend ja ich habe ja auch im autostart sehr viele sachen rausgeworfen wo ich sagt brauche nicht will ich nicht haben beim zocken ja dementsprechend ja jetzt ist aber sehr viel draußen jetzt habe ich quasi freie bahn man sieht auch hier einiges weg wie gesagt das tool werde ich auch noch deinstallieren steam schmeiße ich zum beispiel in diesem batch nicht raus weil ich sehr häufig eben steam games zocke übrigens kleiner spoiler it takes two kommt bald auch auf twitch und dann auch auf youtube für euch aber heute für takov brauche ich das nicht zweiter punkt prozess lasso ist ein bisschen ausführlicher gibt auch wesentlich ausführlichere videos als meins dazu kann ich euch nur empfehlen nehmt euch youtube und gebt ein prozess lasso escape from taco weil es sehr spezifisch ist aber um es ganz kurz runter zu brechen eure cpu hat verschiedene kerne wahrscheinlich habt ihr mittlerweile einen cpu verbaut heutzutage auch wenn er schon ein paar jahre alt ist der sowohl harte kern also echte kern hat wie auch physische wie auch virtuelle kern hat und grundsätzlich jedes game läuft besser auf den echten auf den physischen kernen bei mir ist es der fall ich habe hier entschuldigung ich habe hier insgesamt acht kerne und 16 logische prozesse das heißt ich habe achte kerne und acht virtuelle kerne und ich will aber dass takov takov nutzt maximal acht stück nur auf diesen acht kernen läuft und alles andere darf die virtuellen kerne nutzen obs etc pp das darf alles die virtuellen kerne nutzen weil das brauche ich aktuell ja gar nicht und dementsprechend braucht ihr ein tool wie prozess lasso ist das bekannteste dafür das ist das renommierteste dafür und dementsprechend könnt ihr hier die prozesse hart beinten an die kerne ich habe takov jetzt gerade noch nicht gestartet müsste ich mal machen ich skizzier es nur mal anhand eines anderen prozesses wir nehmen uns jetzt einfach mal zum beispiel jetzt kommt der bsg launcher eh schon aber ich müsste erst mal takov starten damit der richtige exe gebeindet wird ich warte mal ganz kurz hier play dann schauen wir uns das mal ganz kurz an dann tappen wir da einfach noch mal ganz kurz raus so ja und sehr häufig nutze ich eben dann die virtuellen kerne also das hyper threading für alle anderen sachen beispiel ihr habt einen single pc setup zum streamen wenn ihr zum beispiel ein single pc setup habt dann nehmt ihr natürlich alle hyper threading prozesse und die virtuellen kerne für euer obs obs braucht sehr viel cpu ja sehr viel ist vielleicht übertrieben aber es braucht einfach einiges von der cpu genau also obs könnt ihr dann zum beispiel auf die virtuellen kerne beinten und könnt ihr auf den virtuellen kern laufen lassen ich fix ganz kurz mal die auflösung von takov das hat nämlich gerade takov hat nämlich gerade entschieden dass ich 800 mal 600 spiele was ich aber nicht tue und dementsprechend hat er die capture karten ein kleines problem so jetzt ist alles schicko so und dann könnt ihr obs zum beispiel auf die virtuellen kerne auslagern also ist eigentlich eine richtig schöne sache dementsprechend hier wo ist denn escape vom takov er ist es kommt vom takov und da könnt ihr die zugehörigkeit eben ändern jeder zweite kern oder jeder erste kern ist dann immer der physische kern und dementsprechend ist bei mir takov auf der 0 2 4 6 und so weiter hart gebeindet für immer nicht nur derzeit sondern für immer ihr könnt auch hier das hyper threading direkt deaktivieren geht auch dann macht er diese haken etc manuell ich habe es halt einfach automatisch dann habe ich als geld vom takov auch noch die prozessor priorität hochgegeben damit er noch ein bisschen mehr die priorität auf dieses game liegt und ansonsten nicht recht viel geändert ich glaube sogar gar nichts speicher priorität habe ich nicht geändert gut passt energiesparplan könntet ihr theoretisch hier auch noch auf ultimative leistung setzen bei escape vom takov das wäre auch eine möglichkeit ich glaube das geht aber nur in der pro version ich habe wie hier die free version und dann seht ihr erträgt hier bei den regeln direkt ein welche prozesse verwendet werden sollen für escape vom takov wie hoch die priorität ist das seht ihr alles hier in der übersicht wie gesagt gerade im punkte prozess lasso und escape vom takov gibt es sehr ausführliche beschreibungen sehr ausführliche youtube videos wo das noch mal ein bisschen in detail und die tiefe erklärt wird auch für amd prozessoren erklärt wird und das würde ich euch sehr warm wir haben es uns ans herz legen also schaut euch das an würde ich euch sehr empfehlen macht das letzter punkt noch ein kleiner abschnitt in richtung hardware weil wir gerade schon bei hardware so ein bisschen reingeschnitten sind arbeitsspeicher megahertz geschwindigkeit und so weiter punkt 1 games heutzutage brauchen jetzt nicht die mega kapazität an arbeitsspeicher ja 16 gigabyte aufwärts immer top immer top unter 16 gigabyte schwierig weil windows alleine schon um die 7 gigabyte weg schluckt sowas in die richtung was viel wichtiger ist ist die arbeitsspeicher geschwindigkeit wenn ihr einen ddr4 habt achtet mal drauf ob ihr vielleicht sogar nur 3000 megahertz 2800 megahertz habt das ist so vor vier fünf jahren in standard pcs gaming pcs die so von der stange verkauft worden sind sehr häufig verbaut worden holt euch einen neuen arbeitsspeicher das kostet nicht die welt wir haben vorhin gerade nachgeguckt 32 gigabyte 3600 megahertz speicher 4000 megahertz speicher round about 80 bis 100 euro aktueller stand märz 2024 damit holt ihr schon mit dieses bottleneck auf alle fälle raus dann cpu ist auch so ein thema grundsätzlich kommt ihr in der heutigen zeit mit einem i5 aufwärts super zurecht i5 aufwärts ist schon absolut okay zum gaming die größer desto besser klar aktuell amd mit der x3d variante auch on top auf dem markt also amd hat mit der x3d cash technologie die sie da geschaffen haben einen ja für gamer quantensprung gemacht für game hat tatsächlich einen quantensprung gemacht in der gesamtechnologie nicht aber für gaming auf alle fälle weil dieser cash dieser x3d cash geben viel besser verwendet wird als es der normale cash bei den intel prozessoren tut und auch die alten prozessoren von amd tun da kann ich nur sagen wenn ihr zum beispiel ein 4 socket habt also ihr habt jetzt zum beispiel ein ryzen 5 keine ahnung 2600 x 2800 x glaube ich hießen die oder ähnliches oder 5800 x und so weiter dann macht tatsächlich ein upgrade des cpus auf die x3d variante 5800 x 3d wirklich sind der liegt bei 250 270 euro roundabout bringt exorbitant viel mehr leistung für eure games ansonsten solltet ihr gerade überlegen euch ein neues komplett system aufzusetzen dann schaut bitte spezifisch auf euren nutzen des pcs nicht nur auf ein einzelnes game wenn ihr den gaming pc nur für tarkov und euch neu bauen wollt dann werdet ihr wahrscheinlich um das wort 7800 x 3d nicht vorbeikommen das ist momentan der beste prozessor gerade für tarkov und gerade für games bei denen man sehr viel wert auf diese fps legt pub g ist auch so ein thema zum beispiel wenn ihr aber eher so toaster games spielt wie counter strike counter strike ist bekannt als toaster game weil es ein high competitive spiel ist dass man so vielen spielern wie möglich ermöglichen wollte immer und dementsprechend so gekodet ist und so von der engine verpackt ist dass es auf jedem toaster läuft und da macht der unterschied zwischen den 7800 x 3d und einem i5 keine ahnung was das ist überhaupt kein unterschied ja das ist total irrelevant das ist wirklich einfach egal vielleicht nutzt ihr aber auch videoschnitt vielleicht nutzt ihr auch vielleicht wollt ihr auch streamen vom gleichen pc weg vielleicht wollt ihr ein single setup ja dann ist schon die frage geht man auf 7950 x 3d ist sehr teuer aber dafür habt ihr die eierlegende wollmixer alles in einem pc drin also essay da müsst ihr einfach mal ein bisschen darauf achten was ist der wirkliche nutzen von eurem pc was tut ihr mit dem pc ist es wirklich nur das reine zocken des einen games oder hängt wesentlich mehr mit dran gerne kommt vorbei im discord im twitch ist es ganz einfach ausrufezeichen dc und da findet ihr meinen discord link ich glaube auf tik tok habe ich den discord link noch nicht mit drin da müsstet ihr den umweg quasi über twitch gehen oder über einen meiner anderen als social media kanäle mir einfach eine private message droppen helfe ich euch natürlich sehr 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 gerne jetzt aber genug gefuzzelt wir gehen jetzt ins game und ihr macht euch noch einen schönen tag wie gesagt ein kleines like auf das video würde mich wahnsinnig freuen abonnieren meines youtube kanal das wäre natürlich auch eine riesengroße coole sache schreibt gerne in die kommentare wenn ihr noch mehr fragen habt zum punkto technik etc pp streaming technik und so weiter das ist so mein kleines wohnzimmer mein kleines zuhause kann ich euch sehr 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 gerne weiterhelfen checkt es einfach aus bis zum nächsten tschüss